Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprengte ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise? Und du bist sicher, dass klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, der Files Nr.P. Und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Wir sind hier gerade ein bisschen weiter, als wir gerade aufgehört haben. Denn mir ist gerade die Aufnahme abgeschmiert. Deswegen ist jetzt ein bisschen Bildmaterial verschwunden. Aber ich habe versucht, den letzten Kontrollpunkt zu landen. Deswegen sind wir noch ein bisschen weiter vor. Also jetzt, die Action ist noch gerade noch nicht entfacht. Deswegen alles cool. Aber eine Cutscene ist jetzt natürlich weg. Das ist natürlich extrem blöd. Ich werde die vielleicht noch einfügen. Mal gucken. Ähm, ja. Die Cutscene wird noch vorher vielleicht eingefügt. Gut, ähm, ansonsten habe ich auch gerade eine Medaille bekommen. Sehr schön. Die habt ihr noch nicht gesehen. Oh, mein Aiming ist gerade not the best. Oh, mein Aiming ist gerade not the best. Oh, mein Name. Oh, mein Name. Oh, mein Name. Macht ihn alle! Zerhaltet ihren Blick! Könschel, säg dich! Schnapp noch! Also die Fall ist natürlich besser, aber muss ich ein bisschen mit der AK rumplayen. Missed! Position. Wie schreckt das? Oh Mist! Zurück! Oh ho 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 ho! Oh ho ho! Oh ho ho ho! Oh ho ho ho! Oh Ich hab jetzt gar nicht geredet. Verdammt. Ins Bein geschossen. Ich glaub, das war der letzte. Glück gehabt. Da sagst du was. Da sagst du was. Alles klar, danke, Chloe. Haben wir eine Wahl? Hilfe mal hoch. Geschafft. Komm. Chloe, hol mal die Leiter hoch. Runter. Wie auch immer. Komm schon hoch. Boah, ich werde immer fast erschlagen von diesen Leitern. Geschafft. Okay. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Also, ich bin wieder am dransten. Wirklich clever. Danke, Chloe. Okay, bin drin. Kommst du. Ach du Scheiße. Sollte gerecht haben. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilfe mal. Noch ein bisschen. Nein, los. Das bringt nichts. Ich brauch Strom, um dich herauszuholen. Hältst du noch durch? Klar. Ich werd mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Ich mach das. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Ja, das ist ja das Demo-Level. Auf der PS4 gab's dann ne kleine Demo. Bevor es rauskam, ein paar Tage. Oh. Da haben wir gerade noch gekämpft. Da haben wir gerade noch. Und ein wenig hangeln. Wie viel kommen denn hier? Gehen die auch weg? Hm. Du siehst aus. Richtig. Ah, das hast du jetzt davon. Ah, das ist ein wenig. oben na ja oben muss ich hin es ist vorbei und das alles nur mit der piste jetzt hier hängen also Schätze suche ich eigentlich überhaupt nicht ja ich habe es gefunden gleich geschafft komm mal her wenn du wüsstest wenn du wüsstest sind wir jetzt am Dach ey Wasser hey check it out Marco wirklich? na komm nein Marco okay wir sind spaßig du bist so unprofessionell oh so und da sind wir am Dach so da sind wir jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel klar hier gibt's ja auch nur zwei oder drei die Nadel im Heuhaufen vielleicht können wir oh bingo da ist er das ist er ja muss er sein da wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind war ja klar Nate da hält sich Lazariewicz auf ich hatte gehofft wir würden in die andere Richtung gehen tja das ist eben kein Wunschkonzert ich wurde in Sektor 18 gesichtet ah Mist wir sind nicht zufällig in Sektor 19 statt durchkämmen finden und aushalten dieser verdammte Mistkerl okay verschwinden wir hier schnell los wir sind nicht zufällig in Sektor 19